Prinzessin Grisbott Frooky, du hast uns versehentlich auf dem Balkon ausgesperrt. Überleg dir, wie wir wieder nach drinnen kommen. Und solange du darüber nachdenkst, sehe ich nach, ob wir hier runterklettern können. Ich könnte Drew um Hilfe bitten. Nein, das werde ich nicht tun. Aber ich sollte es tun. Aber ich werde es nicht tun. Ich könnte, werde ich aber nicht. Hi, Drew. Hallo, Griselda. Ich bin irgendwie auf meinem Balkon ausgesperrt. Ich könnte natürlich auch von alleine hier runterkommen. Aber wenn du Langeweile hast, könntest du mir ja helfen. Wir sind gleich da. Ach, Eis essen muss leider warten, Bi. Kleiner Scherz. Aber ein guter. Ich habe es fast geglaubt. Hallo. Ich bin immer noch auf meinem Balkon gefangen. Willkommen schon, Griselda. Griselda. Hä? Nimm Schwäbi zur Hilfe. Wieso muss ich die ganzen schwierigen Sachen machen? Danke, Schwäbi. Du hast dir eine Pause verdient. Ich hätte auch wirklich alleine runterkommen können. Ich dachte nur, es wäre schön, jemanden zum Spielen zu haben. Weißt du? Tja, nun, vielen Dank, Drew zu rufen war meine Idee. Oh, Drew ist einfach so toll. Drew ist der Wahnsinn. Ich kann euch nicht hören. Und Drew, und Drew. Das muss dir ja gefallen haben. Das ist unglaublich. Ich freue mich, dass Sie glücklich sind. Aber ich helfe einfach gern. Sicher, helfen ist doch immer gut. Und all das Geklatsche. Nur deswegen hast du geholfen, oder? Nein, ich mag es einfach zu helfen. Oh. Ich verstehe es einfach nicht. Toll. Jeder applaudiert für Drew. Aber sie hat ja auch diese fantastischen Wünsche, die ihr beim Helfen helfen. Habe ich so etwas Fantastisches wie Wünsche? Habe ich das? Euch, Grismos? Tada. Hey, ihr habt recht. Drew hat Wünsche, aber ich habe Grismos. Und ich habe einen Job für euch. Jeff, ich habe ein Job für euch. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gestaunt! Meinen fantastischen Prinzessin Grisworn! Das ist so viel besser als Trues' Wünsche. Vielen Dank, Grismos. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Grismos gedankt habe. Komm schon, Brugli! Benutz die Falltür! Königlich davon! Regenbogenstadt, schau her! Ich bin hilfreich und ersehe! Klatscht den Takt, schreit Hurra! Dank Griselda, wunderbar! Prinzessin Grisworn, das ist wahr! Kommt auch ohne Wünsche klar! Klatscht den Takt, schreit Hurra! Dank Griselda, wunderbar! Trampfen hier, trampfen dort! Grisworn schickt die Sonnenfort! Riesengroße Roboter sind einfach immer da! Guck, Frugli! Das ist unsere Chance! Habt keine Angst! Grisworn ist da! Danke, riesige Roboter, Madame! Aber nicht doch! Gern geschehen! Ist das etwa Jubel für mich? Ah! Keine Angst! Grisworn ist hier, um den Tag zu retten! Ich weiß, ja, ich weiß doch, dass ich super toll bin! Aber nicht aufhören! Erzählt schön allen von euren neuen Helden! So ein Essen hattest du noch nie, Bi! Ein komplett rundes Essen, bei dem alles rund ist! Rollende Früchte, Knusperbälle, Kugelkuchen und deine liebsten... Sazuni-Saftbälle! Wenn es rund ist, geht es runter! In meinen Bauch, der auch rund ist! Was ist da draußen los? Griselda? Du siehst anders aus! Hast du eine neue Frisur? Das ist dir aufgefallen! True! Wie bist du, ich dir ausgerechnet in dieser Straße über den Weg zu laufen? Du weißt, dass ich hier wohne, Griselda! Du besuchst mich ständig hier! Das ist perfekt! Dann geh doch einfach wieder nach Hause! Mach ein Nickerchen! Oder wir essen zu Ende! Denn du und deine Wünsche können euch heute freinehmen! Ich denke, Prinzessin Grispot übernimmt heute das Helfen! Ähm, danke! Oh, aber nicht doch! Nur eine Kleinigkeit! Bar's House! Ups! Hier! So gut wie neu! Verabschieden wir uns jetzt schon vom Regenbogenreich oder warten wir, bis sie es zerstört hat? Wenn Griselda den Menschen helfen will, kann das doch nur gut sein, oder? Äh, ja, ja, also sicher, ja, ja. Das war genug Hilfe für einen Tag! Ich bin so nett zu den Leuten! Aham, geknickter Strohhal! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist in der Politik und die Leute, die werden verursache wenn sie einen Tag다는nennen. Also schtheit dann beim Regenbogenreich und Nou摆ren auf jeden Moment zum Regenbogen! Hm. Hm? 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 CDC-ihbemen complementiere ип Some PR- restriction Aufズwe máxim Folgen Klopfen Ah, großes Problem. Bereit fürs Frühstück, Bi? Es ist ein komplett eckiges Quadratfrühstück. Quadratfrüchte, Eckstuhln, Keks für Ecke und Boxpudding. So rollt nichts runter. Immerhin ist nichts runtergerollt. Warum? Ich dachte, sie wollte etwas Gutes tun, aber das hier ist nicht gut. Ich stimme zu. So zu tanzen ist für niemanden gut. Das ist nicht Griselda, das ist Frookie. Dieser Hund hat keinen Führerschein, um einen Roboter zu steuern. Hamed, Bi? Wo ist Frookie nur? True! Ich kann meinen fabelhaft Prinzessin Graspot nicht finden. Vergiss es. Frookie! Noddlemuffin! Du musst jetzt da runterkommen. Frookie! Was sollen wir denn jetzt nur tun? Yetis! Na klar! Ihr seid groß und stark. Könntet ihr vielleicht diesen Riesenroboter für uns aufhalten? Joachim? Hm? Joachim? Ja! Wow, die Yetis können echt gut mit dem Ball umgehen. Aber weniger gut im Roboter stoppen. Dieser Roboter ist zu groß. Wir können ihn nicht alleine stoppen. Wir brauchen Wunschhilfe. Oh, Q-Melo. Bring uns bitte zum Wunschbaum, Q-Melo. Ja, ich bin's. Ich weiß, was für eine angenehme Überraschung. Sie, ein gigantischer Prinzessin Grisbert, ist auf freiem Fuß und wir brauchen dringend Wunschhilfe. Schnell! Psst, True. Sag den Wünschen nicht, dass ich hier bin. Was soll die Attrappe, Sie? Sie leistet den Wünschen Gesellschaft, wenn ich nicht da bin. Dein neuer Kumpel ist ganz schön flach. Sie. Flach, Sie. Zurück ans Reißbrett. Und geht bitte zurück in eure Kojenwünsche. War da nicht etwas, womit du Hilfe brauchst, True? Ja, genau. True braucht Hilfe. Es gibt ein Problem mit dem Grisbot. Prinzessin Grisbot. Der fantastische riesige Roboter, den meine Grismus gebaut haben. Riesiger Roboter? Ja, und er ist irgendwie, naja, also... Völlig außer Kontrolle! Hm. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Äh, Griselda? Ich setze mich nicht auf Pilze. Und warum setzt ihr euch ausgerechnet jetzt überhaupt hin? Es hilft uns, über die Dinge nachzudenken. Aber egal, der Grisbot ist außer Kontrolle und Fruki ist noch drin. Er fängt an, alles in Regenbogenstadt zu zerstören. Wie willst du das Problem lösen? Also, ich brauche einen Wunsch, der mir hilft, den Grisbot vom Zerstören abzuhalten. Aber dabei darf Regenbogenstadt und Fruki auf keinen Fall etwas passieren. Mein Fruki-Wookilein wird so gnatschig, wenn er seine Bauchkrauler nicht kriegt. Der Wunschbaum kann sicher helfen. Bei dem Grisbot, nicht den Bauchkraulern. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. All die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wünsche, 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 Wünsche. Okay, sehr unglaublich. Das sind sehr interessante Wünsche. Lass sie uns in der Wunschplopädie raussuchen. Oh, das ist der Wahnsinn. Danke. Dein erster Wunsch ist Klebri. Er produziert einen so klebrigen Film, dass praktisch alles an ihm kleben bleibt. Es muss wirklich gut halten, wenn es Prinzessin Grisbot aufhalten soll. Dein zweiter Wunsch ist Bring her. Ein kraftvoller Magnetwunsch, der jedes Objekt anzieht, solange es aus Metall ist. Du meinst wie Prinzessin Grisbot? Aber nicht, dass sie ihn zerkratzt. Dein dritter Wunsch ist Doppi. Er nimmt eine Sache und dann, puff, vervielfältigt er diese Sache. Also, wenn ich einen Diamanten hätte, könnte ich daraus ganz viele Diamanten machen. Oder wir könnten ihn benutzen, um den Grisbot damit zu stoppen. Oh, klar. Sicher. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Viel Glück, True. Geh und schnapp dir den Grisbot. Weißt du, es könnte hier drin so viel schillernder sein. Mit ein bisschen Glitzer, ein paar Diamanten. Nein, danke. 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 Danke, Q-Lil-O. Mein Grisbot. Pass auf. Oh oh. Ich glaube, Fluky hat nicht gehört. Das ist unsere Chance. Mal sehen, ob uns Klebri dabei helfen kann, den Grisbot festzuhalten. Sip, sap, su. Ausgewählt bist du. Komm auf, Klebri. Wunsch werde wahr. Hi, Klebri. Bist du bereit, uns zu helfen? Dann lass uns die Straße super klebrig machen. Perfekt. Ja, der Piss-Bot ist jetzt ein Klebe-Bot. Prinzessin Klebe-Bot. Du meinst Prinzessin nicht Klebe-Bot? Ah! Prinzessin Gris-Bot, bitte! Dieser Schirm passt doch überhaupt nicht zu deinem Outfit. Hä? Armer Bartleby, ich muss diesen Gris-Bot verlangsamen. Und ich hab genau den richtigen Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Mach auf, bring her! Wunsch werde wahr! Bist du bereit zu helfen? Okay, bring her. Zeig mir, wie viel Metall du zu dir hinziehen kannst. Und los! Er wird langsamer. Ninja-Katzen-Duppen! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin schon da! Hier kommt etwas Pfoten-Power! Wir schaffen das, bring her! Komm schon! Oh-oh. Ich glaube, du hast deine Kräfte aufgebraucht. Danke, bring her. Danke auch für deine Hilfe, Klebe-Bri. Wo geht der Gris-Bot hin? Endlich! Der Gris-Bot geht zurück zum Schloss. Der Gris-Bot geht zurück zum Schloss! True, mach was! Oh, Cumulo! Zu Griselda, bitte! So schnell du nur kannst! Wow! Dieser Roboter ist wirklich schnell! Wie sollen wir ihn aufhalten, True? Wir haben schon zwei Wünsche benutzt. Na ja, mein dritter Wunsch ist Dobli. Er kann alles vervielfältigen. Aber was bringt uns das, um Prinzessin Gris-Bot zu stoppen? Wir müssen ja nicht den Gris-Bot stoppen, sondern Frookie. Aber was können wir vervielfältigen, das Frookie mag? Na, er liebt natürlich mich. Und Quietsch-Spielzeuge. Und mich. Bartelby, das ist es! Frookie liebt dich! Und wenn es ganz viele Bartelbys gibt, kommt er bestimmt raus. Wir stoppen den Prinzessin Gris-Bot und retten Griseldas Schloss. Ein bisschen Sabber schadet keinem. Und die Welt kann noch mehr Bartelby gebrauchen. Danke, Cumalo! Und bist du bereit, mehr Katze zu sein, als du es jemals warst? Ja! Lass die Bartelbys frei! Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip damit Frooky euch alle drei sehen kann. Verstanden. Frooky hier drüben. Wer hat ein paar Küsse für mich? Hier, Frooky, Frooky, Frooky. Er hält nicht an. Könnt ihr Ninja-Katzen mich da hochbringen? Eins, zwei, drei. Ninja-Katzen bereit. Aha. Yes. Wuhu. Danke, Bartlebee. Ich meine, Bartlebees. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, kein Problem. Komm schon, Frooky. Komm her. Guter Frooky. Oh, oh. Der Chris-Bot hält nicht an. Hier, Bartlebee. Bring Frooky runter. Hab dich. Katzen rocken. Bartlebee sind cool. Frooky. Oh, oh. Ich muss Frookys Spielzeug hier rausholen. Oh, mein Frooky wird zertrampelt, wenn niemand etwas dagegen unternimmt. Ich. Ich muss etwas unternehmen. Frooky. Gleich hab ich es. Der Prinzessin Gris-Bot geht gleich kaputt. Alle Mann über Bord. Griselda, du hast Frooky gerettet. Das war... Fantastisch. Ja. Ich war wirklich super, oder nicht? Aber es war niemand außer euch in der Nähe, um es zu sehen. Das stimmt. Aber wie fühlst du dich? Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Seltsamerweise. Ich könnte mich daran gewöhnen. Wenn es ein Gris-Bot wurde. Zerstört. Naja. Ich lasse die Gris-Mos einfach einen neuen bauen. Nein. Scherz. Ich lasse sie lieber eine Statue von mir bauen. Die ist viel ungefährlicher. Bist du bereit, dich von Dobli wieder in einen Bartlebee verwandeln zu lassen, Bartlebee? Ja, äh, noch nicht. Frooky muss erst mit meinen anderen X fertig werden. Bitte nicht. Das grüne Gespringel. Kann ich jetzt gucken? Jetzt vielleicht? Darf ich jetzt? Okay, kann ich? Jetzt bitte, bitte, bitte gucken. Okay. Öffne die Augen. True. Das ist das aller. Ich meine, es ist so... Wie hast du... Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Das ist meine Erfindung für die Mach-Sachen-Expo. Ich werde es ein Blasenherz für dich, Gramm, nennen. Es ist großartig. Ich liebe es. Pass mal auf. Ein Moment noch. Wow. Sind das Zuckerglitzerwirbel? Ein Herz? Für mich? Sogar noch besser. Ein Herz, das du essen kannst. Du kennst den Weg in mein Herz, True. Du gewinnst definitiv das Sonnenscheinband. Danke, Bee. Zu gewinnen wäre klasse, aber ich freue mich einfach nur zu sehen, was die anderen gemacht haben. True, ich habe gerade von diesem Mach-Kram-was-auch-immer-Ding gehört. Du musst mir helfen, das Sonnenscheinband zu gewinnen. Griselda, du kannst doch ohne meine Hilfe gewinnen. Du machst immer tolle Sachen. So wie den Gris-Bot. Nein, nein, nicht True, bitte. Oh, da lieber einen Mini-Gris-Bot. Etwas weniger stampfig. Gris-Bots sind doch total passé. Ich habe versucht, mir etwas einfallen zu lassen, aber die Gris-Moos machen solchen Lärm, während sie das Bild von mir meißeln. Na ja, es hat mich eh nicht gut getroffen. Wie auch immer. Dann nochmal. Bis später, True. Oh, was ist das? Grüne Kristalle? Ekelhaft. Ich arbeite nur mit Pink. Hüpfende grüne Kristalle? Damit kann ich arbeiten. Ich brauche von dir... Okay, dann brauche ich von dir eine Erfindung für mich. 1000 silbrige Begrüßungen. Willkommen bei der Mach-Sachen-Expo. Wer gewinnt, nimmt das spektakuläre Sonnenscheinband mit nach Hause. Also vergesst nicht, für eure Lieblings-Erfindung abzustimmen. Oh, das muss ich auch noch. Edelblaue Erfindungen. True, das ist bemerkenswert. Was ist das? Das ist mein Einblasenherz für dich, Gramm. Oh, wie funktioniert es? Ich werde es euch zeigen. Sagenhafter Saphir. Oh, und es ist auch ein Snack. Oh, lieblicher Lavendel. Ich blasenherzlich auch. Wollen wir nachsehen, was die anderen sich überlegt haben? Ja! Los geht's. Gereiftes Gelb. Ein beruhigender Steinspringbrunnen. Seht nur, wie das Wasser direkt aus den Steinen kommt. Hi, Leute. Hi, Mila. Was hast du erfunden? Hast du jemals gedacht, dass ein High-Five einfach nicht ausreicht? Immer. Na, dann wirst du das hier lieben. Ich präsentiere dir den High-Five-Hut. Wenn man sich mal unter-high-fived fühlt. Sprungfeder-High-Fives. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist fünffacher Spaß. Wer möchte blubbernden Sasuni-Saft probieren? Ein Saftblubberer? Ich muss nachsehen, wie das funktioniert. Oh, das wird klasse. Ich drücke nur diesen Knopf hier, dann blubbern die Blasen hoch und kommen hier raus. Das gitzelt. Purpurnes Pardon. Prost. Prost. Entschuldige vielmals. Hey, hallo, kleine Helfer. Was habt ihr gemacht? Äußerst beeindruckend. Ich habe meine eigene Reinigungsmaschine. Das ist auch sehr beeindruckend. Bi, da ist Griseldas Erfindung. Lass sie uns ansehen. Du kriegst ein hüpfendes Bling-bling. Und du kriegst ein hüpfendes Bling-bling. Und du kriegst ein hüpfendes Bling-bling. Danke, Griselda Wow, die springen richtig gut Entschuldige, würdest du mein Bling-Bling unterschreiben? Aber klar Du bist so treffende Bling-Blings mit Liebe erfunden von eurer Prinzessin Griselda Griselda, kannst du mir zeigen, wie deine Maschine funktioniert? Funktioniert? Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert Details sind einfach nicht meine Sache Aber Details sind genau meine Sache Okay, mal sehen Zuerst tragen die Grismus die grünen Kristalle die Leiter hoch und werfen sie in den Trichter Es sieht so aus, als würden die Kristalle anschließend zu grünem Schleim verschmiert werden Richtig Und der Schleim wird dann zu einem Ball geformt, der hier vorne rauskommt Was war das? Da läuft grünes Wasser in den Fluss Das kann so nicht richtig sein Ich glaube nicht, dass das normal ist Wir sollten Griselda fragen Griselda, wusstest du, dass... Die beste Erfinderin bin, ja Grinsegesicht Was soll ich euch unterschreiben? Ehrlich gesagt waren Bi und ich gerade hinter deiner Maschine und es sieht so aus als ob... Als wäre die Hinterseite meiner Maschine unfassbar cool Nun ja, weißt du, da sind grüne... Grüne Punkte auf meinen Bling-Blings Eigentlich mag ich kein Grün, aber diese Punkte sind zauberhaft Zwinkergesicht Also, sagen wir ihr was von der Sache mit dem grünen Wasser? Ich weiß nicht, Bi Griselda hat gerade richtig Spaß Ich will ihr das nicht kaputt machen Komm schon, lass uns lieber nachsehen, wer das Sonnenscheinband gewinnt Ja, vielleicht ist grünes Wasser ja auch gut für den Fluss Es ist mir eine außergewöhnlich große Freude, die beste Erfindung der Macht-Sachen-Expo zu küren Gewinner des Sonnenscheinbandes ist... Bitte, 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 bitte... Griselda und ihre hüpften Bling-Blings Ja! Herzlichen Glückwunsch, Griselda Ich wusste, du schaffst das Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben Aber da ich alles alleine gemacht habe, bedanke ich mich bei... Mir! Woher hattest du die Idee für diese hüpfenden Bling-Blings? Sie sind sagenhaft lustig und so hübsch... Ich habe sie mir nachempfunden Griselda, 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 Griselda... Das ist ja noch nie passiert Das auch nicht Du siehst wie ein hüpfendes Bling-Bling aus. Nein, du siehst wie ein hüpfendes Bling-Bling aus. Wow! Was war das? Ich bin so hoch wie die Balken. Diese hüpfenden Bling-Blings sind wirklich groß. Das sind keine Bling-Blings, das sind Leute. Paradoxe Pistazien, das Wasser ist grün. Ach du meine Güte. Regenbogenkönig, alles in Ordnung? Oh, mir geht's gut. Ich bin nur nass und rund und hüpfig. Okay, was ist hier los? Die Leute werden zu hüpfen in Bling-Blings. Wie war das? Der Regenbogenkönig hat sich verwandelt, nachdem er mit grünem Floßwasser nass gespritzt wurde. Hey! Griseldas Maschine! Wir müssen das schnell stoppen, bevor sich alle in Bling-Blings verwandeln. Dann lass uns Griselda bitten, die Maschine abzustellen. Hey Griselda! Das geht nicht. Wieso nicht? Sie hat doch gerade so viel Spaß. Außerdem weiß sie nicht, wie die Maschine funktioniert. Es bringt nichts, ihr davon zu erzählen. Grinsegesicht! Aber wie stoppen wir dann das Wasser? Naja, wir wissen, wie die Maschine funktioniert. Das kriegen wir hin. Hier! Hilf mir mal! Wieso schraubt man hier ein Drehrad dran, wenn es sich nicht nur dreht? Oh oh! Wir müssen das stoppen! Wir brauchen Wunschhilfe! Oh, Qumalo! Zum Wunschbaum bitte, Qumalo! Sieh! Wir haben ein großes Problem! True! Bartleby! Habt ihr diese hüpfenden Bling-Blings gesehen? Sind die nicht lustig? Ja, sind sie! Aber Leute verwandeln sich in sie! Wow! Das ist mega lustig! Aber ihr wirkt besorgt! Erklärt das bitte! Rizeldas Maschine macht das ganze Wasser grün und einige Leute wurden damit nass gespritzt! Und dann bekamen sie grüne Punkte! Dann haben sie sich aufgebläht! Und dann haben sie angefangen zu hüpfen und zu hüpfen und zu hüpfen! Genau wie die hüpfenden Bling-Blings! Wandernde Wurmlöcher! Lasst uns sitzen und darüber nachdenken! Okay, True! Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Na ja! Griseldas ist wirklich stolz auf ihre Erfindung! Wir müssen das grüne Wasser stoppen, ohne ihr davon zu erzählen! Genau! Ich bin sicher, mit etwas Wunschhilfe klappt das! Außerdem müssen wir die hüpfenden Leute zurück verwandeln! Wenn wir das nicht schaffen, werden sie wohl für immer weiter springen! Der Wunschbaum hat dich erhört, True! Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen! Ich bin bereit! Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir! Wunschbaum, bitte teile mit mir! All die Wünsche, ich warte hier! Wunschbaum, oh ich bin dabei! Zeig mir all deine Zauberheit! Möbelgruß! Zauberheit in einem Wunschbaum! Diese Wünsche sind spektakulär, True! Lass uns nachsehen, was über sie in der Wunschklopädie steht! Zuerst haben wir Bindi! Dieser Wunsch kann sich zu allen möglichen Knoten verknoten! Toll! Bindi, du kannst uns helfen, die losen Enten zu verknüpfen! Bindi! Wow! Fallschirmchen hat fantastische Fallschirmfähigkeiten! Fallschirmchen kann dich von jeder Höhe sicher zum Boden bringen! Fallschirmchen, du kannst die hüpfenden Leute einfangen! Haha! Fallschirmchen! Das ist einer meiner Lieblingswünsche! Würfelgroß! Schön, dich wiederzusehen, Würfelgroß! Würfelgroß! Würfelgroß hat einen schwabbeligen Gelatine-Körper! Er kann alles absorbieren! Hm, ich weiß zwar noch nicht, wie Würfelgroß das grüne Wasser stoppen oder die hüpfenden Leute retten soll, aber ich bin sicher, dass du uns mit deinen Fähigkeiten helfen kannst! Würfelgroß! dazu. Zu Zipzapp wünsche in den Rucksack! Danke sie. Okay, mach´s gut. Lisa zu Zupzapp! Mach´s gut. Warte schon, raus! Also lass uns dieses grüne Wasser aufhalten. Zeit für meinen ersten Wunsch! Zipzapp zu Zupzapp those! Du, wach auf, Bindi. Und werde warm. Hallo, Bindi. Das Wasserrohr braucht eine feste Umarmung. Bindi. Ja, und tschüss, grünes Wasser. Wo ist der High-Five-Hut, wenn man ihn braucht? Yeah. Ich möchte auch hüpfig werden. Hey, wie geht es euch so? Mein Inneres fühlt sich wabbelig an. Ich bin müde. Oh je, ich möchte nicht mehr springen. Indigo-farbene Insomnie. Das hier ruiniert meinen royalen Mittagsschlaf. Haltet durch. Wir haben schon eine Idee. Oh, Kumalo. Bring uns bitte nach oben. Davon kann ich nie genug haben, Kumalo. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zipzapzu, ausgewählt bist du. Mach auf, Fallschirmchen. Fallschirmchen. Wunsch werde wahr. Hi, Fallschirmchen. Du musst mir dabei helfen, die hüpfenden Leute wieder einzufangen. Aha, aha, aha. Fallschirmchen. Bist du sicher, dass das klappt? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dreh dich um, Kumalo. Wuhu. Wuhu. Halt dich an Fallschirmchen fest. Okay, Fallschirmchen. Jetzt. Fallschirmchen. Es hat geklappt. Wir konnten alle einfangen. Oh, klasse. Danke, dass du uns gestoppt hast, True. Ich hab' das nur dank Fallschirmchen geschafft. Du warst super hilfreich. Fallschirmchen. Ja, 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 ja. Jetzt wieder zurück mit dir. Okay, bitte nicht bewegen. Wenn ihr euch bewegt, fangt ihr wieder an zu hüpfen. Ich hab' das frei, Pia. Bitte. Ähm, True. Ich glaube, Bindi wird gleich loslassen. Oh, nein. Okay, es ist an der Zeit, Griselda zu sagen, dass sie die Maschine abstellen muss. In meinem Bauch ist alles wabbelig. Bubbernden Sasuni-Saft, um den Bauch zu beruhigen? Mh, das klingt doch ganz gut. Entschuldigung. Oh, 10% weniger wabbelig. Vielleicht auch 20%. Wie heißt du? Hier, bitte. Weltengesicht. Nächster. Eine Schlange? Griselda! 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 Hasenohren! Griselda! Nächster! Sie kann uns nicht hören. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Klingt wie eine Aufgabe für einen verdeckten Ketinati-Master. Folg mir! Schon fast da! Brr! Wie viele Fisch-Pusti-Cracker für euch, damit meine Freundin und ich die Prinzessin als nächstes sehen? Wir müssen es Griselda sagen. Ganz egal wie. Auch wenn wir dafür anstehen müssen. Nächster! 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 Griselda! Wie heißt du? Ich bin es. Alles klar, ich bin es. Ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir etwas sagen? Was für ein einzigartiger Mann. Griselda, ich bin es. True. Deine Maschine verwandelt die Leute in hüpfende Bling-Blings. Was? Au. Niemals! Wie kann meine Maschine Leute in Bling-Blings verwandeln? Also. Lass mich bitte, True. Als die grünen Kristalle durch die Maschine liefen, kamen dabei nicht nur Bling-Blings hinten raus. Grünes Wasser strömte in den Fluss und färbte ihn auch grün. Das grüne Wasser floss durch die Stadt und alle, die es berührten, blähten sich auf wie Bling-Blings. Sie sprangen höher und höher und höher, sodass wir von Cumulo springen und sie mit Fallschirmchen fangen mussten. Was super gruselig war. Dann wollten wir, dass du die Maschine abstellst, aber die Grismos sagten nein und wir sagten bitte. Und die Grismos sagten nein und wir sagten bitte, bitte. Und sie sagten nein. Also stellten wir uns an, bis wir dran waren, um dich zu sehen und dann sagten wir... Griselda, du verwandelst die Leute in Bling-Blings! Gut gemacht, B. Äh, was ist hier los? Es wird explodieren! Alle in Deckung! Ich bin, ich bin grün gepunktet! Ich bin aufgebläht! Was passiert mit mir? Oh, hier! Sie hüpft viel höher als die anderen. Cumulo! Folge der hüpfenden, aufgeblähten Prinzessin! Sie hüpft direkt auf die Spring-Spring-Lagune zu! Ich brauche königliche Hilfe! Wir müssen sie irgendwie einfangen. Wir brauchen etwas Wackeliges, Klebriges. Mh, klingt lecker? Ja, tut das wirklich, oder? Weniger reden! Mehr retten! Bring uns runter, Cumulo! Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch! Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Mach auf, Würfel-Groß! Wunsch werde wahr! Hi, Würfel-Groß! Griselda wird hier jeden Moment landen. Du musst sie auffangen. Okay, okay! Hier lang! Nein, 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 hier lang! Nein, hier lang! Ich schaff das! Nur ein bisschen! Hier, warte, wie... Alles klar, True! Okay, hier! Es hat geklappt! Ja! Gut gemacht, Würfel-Groß! Lasst uns Griselda zurück zur Expo bringen. Wir müssen uns noch um die anderen kümmern. Und was jetzt? Prinzessinnen sind niemals gepunktet, sind niemals aufgebläht und sind vor allem auf gar keinen Fall grün! Keine Sorge, Griselda. Wir müssen nur rausfinden, wie wir euch alle wieder normal machen können. Wow! Du hüpfst ja gar nicht mehr! Nein! Ein Blubbernder Sasoni-Hübser hat das geschafft! Entschuldigt, bitte! Oh, das kann ich auch! Oh, Entschuldigung! Farmer Moos, einen Saftball, bitte! Sehr gern! Ein Saftball kommt sofort! Was ist los? Warum rübst du nicht? Entschuldige mal! Prinzessinnen! Rülsen! Einfach nicht! Aber wenn du jetzt nicht rübst, wirst du für immer so bleiben! Ich tue ja vieles, aber ich werde niemals... ... ... ... ... Entschuldigt vielmals! Also, das werde ich definitiv nie wieder tun! Ich bin wieder ich! Ja! Danke, Würfelgruß! Dir auch, Bindi! Ihr beide wart super hilfreich! So zippsap, wünsche in den Rucksack! Oh, danke, 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 danke! Gern geschehen, Griselda! Und wegen meiner Maschine! Tut mir leid, dass wir damit solchen Ärger hatten! Mir tut es auch leid, Griselda! Ich hätte dir gleich von der Sache mit dem grünen Wasser erzählen sollen! Oh, mir werden die ganzen Selfies und das Autogramme-Geben schon fehlen! Wenn man das mit dem grünen Wasser nur beheben könnte! Warte mal! Ich hab eine Idee! Es klappt! Die Maschine der kleinen Helfer hat es geschafft! Du bist ein Genie, True! Danke, Bartleby! Es ist wirklich schön, dass alles wieder ganz normal ist! Nächster! Alles ist wieder normal gesicht! Ach, du lieber Grismo! Hallo, Marshmallow-Bartleby! Hallo, True! Miau, 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 miau! Miau! Sieh mal, ein Karton! Katzen lieben Kartons! Aber Fäden lieben Katzen noch mehr! Fäden? Hast du Fäden gesagt? Oh-oh! Was passiert wohl mit dem Marshmallow-Bartleby? Lecker! True! Du bist mein Marshmallow-Eich! Ich konnte nicht anders! Du bist einfach so fluffig! Und schau mich! Das bin ich wirklich! Ja, ich mag dein Glitzervogel! Danke! Oh Mann, wir haben heute echt tolle Kunst gemacht, während es geregnet hat! Aber jetzt regnet es nicht mehr! Yeah! Die Sonne ist da! Wollen wir unsere Kunst nach draußen verlegen? Aber klar! Drew, ist alles in Ordnung? Alles gut! Ich bin nur ausgerutscht! Auf eine Marshmallow? Böser, rücksichtsloser Marshmallow, dass du es nicht in meinen Mund geschafft hast! True! Die Tür ist ein einziges Chaos! Was? Das sieht doch super aus, Bi! Guck mal, wie schön alles glitzert! Ja! Und jetzt ist alles noch viel schöner! Sieh dir das an! Es passt zu unserem Haus! Schön glitzerig! Wow! Schillernde Tür, True! Das ist mal eine Tür! Wow! Glänzende Tür, True! Ich glaube, wir haben da was losgetreten! Ich glaube, du hast recht! Wow! Sieh dir nur die Türen an! Sie sind alle wunderschön! Ah, das ist super toll! Ah, das ist super toll! So viel schöne Kunst überall! Schau mal, das ist ein Bild von mir! Das ist super süß! Das ist eine Kartoffel! Oh! Sieht so aus, als würde heute jeder zauberhafte Türen malen, Frookie! Lass uns nachsehen, wie meine Tür aussieht! Okay, Grissmoos! Lass uns ansehen, womit ihr eure Prinzessin blenden wollt! Äh, Grissmoos, das ist nicht glänzend genug! Wir sind auf einer Bergspitze! Meine Tür muss so glitzerig sein, dass man sie wirklich von überall aus dem Königreich sehen kann! Ich weiß! Ich verglitzer sie mit Kristallen! Aber nicht nur an der Tür! Ich baue einen neuen Turm komplett aus Kristallen, sodass sie jeder sehen kann! Bitte findet die schönsten Kristalle, die es gibt! Und lasst es glitzern! Und lasst es glitzern! Wach auf, wach auf, Buddleby! Ich kann nicht aufwachen, ohne von jemandem gekittet, die Knudel zu werden! Vom Regenbogenkönig? Ich weiß nicht, er ist beschäftigt! Aber es gibt immer Zeit für True Gekitzel! Ich kann es kaum erwarten, die Türen von allen zu sehen! Wie soll ich mein Mais essen, wenn ich ihn nicht sehe? Was passiert hier? Wow, das ist echt zu viel Sonne! Ich kann nicht glauben, dass ich das sage! Eine Katze und zu viel Sonne? Was passiert hier, True? Ich habe keine Ahnung! Warte mal, da! Nicht die Sonne blendet uns, sondern Griseldas Schloss! Wirklich? Ich kann nichts sehen! Oh ja, das ist besser! Es sieht heller aus und strahlender! Wir müssen da hoch und rausfinden, was los ist! Segen oder Sonne, das hier funktioniert! Ja, ich bin fertig! Cumulo! Komm her, mein Freund! Komm! Cumulo, du armes Ding! Tut dir die Sonne auch in den Augen weh? Es ist schwierig zu fliegen, wenn es so hell ist, oder, Cumulo? Damit sollte es gehen! Hier steht es sowieso besser! Einmal zu Griseldas Schloss, bitte! True! Heute, Zelda! Guten Flug, Cumulo! Du, Fruki, wir haben das besprochen! Kein Sabbern! Das ist eine Menge Liebe, aber zu feucht! Seid ihr hier, um mir den Preis für das glitzerndste Schloss zu überreichen? Nichts kann so toll strahlen wie mein neuer Kristallturm! Ähm, nein? Das war aber auch kein Wettbewerb! Wie kann das sein? Jeder macht doch mit! Also, was ist der Preis? Eine Schleife, ein Pokal! Warte, ist es eine Krone? Ah, es ist eine Krone, richtig? Es tut mir leid, es gibt keine Krone! Aber ein Diadem? Nein! Nicht meine Haarspange? Nein! Ah, oh Mann! Aber ist es nicht klasse? Mein Schloss ist das glitzerndste Zuhause von allen! Ja stimmt, aber der neue Turm reflektiert so stark das Licht, dass alle davon geblendet sind! Oh, also kann jeder meine Kristalle funkeln sehen, falls es jemandem zu hell ist? Kann er ja wie ihr ne Sonnenbrille aufsetzen! Ah! Ähm, was war das? Ist dein Schloss gerade eingesunken? Äh, mein Schloss? Äh, sei nicht albern! Nun, wenn ihr mich entschuldigt! Ich muss meine Grismos beim Auftragen weiterer phänomenaler Kristalle beaufsichtigen! Bis später! Oh, Alter! Oh! Hi kleiner Grismu! Folge mir! Hä?! Wir haben ein Problem! Du willst, dass wir da runter gehen? Ja, ja! Ich werte das als ein Ja! Ja! Ja, 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 ähm... Ja, ja. Folgt mir! Wow! Ihr wohnt direkt unter Griselda's Schloss? Wie süß. Das sind wirklich keine katzenfreundlichen Möbel. Das war nur eine Feststellung. Schau mal, Bi. Aus dieser Säule kommen all die Kristalle. Oh nein! Griselda's neuer Kristallturm ist so schwer, dass die Säule einstürzen wird. Genau das wolltest du mir zeigen. Ihr armen kleinen Grismos. Griselda's Schloss versinkt wirklich. Und wir sind direkt drunter. Alle Mann, raus hier, bevor die Säule einstürzt. In dem Arsch, Grismos. Das ist keine Übung. Okay, Grismos. Der neue Kristallturm macht das Schloss zu schwer. Und deshalb versinkt es jetzt in euer Zuhause. Aber keine Angst. Wir überzeugen Griselda, die Kristalle sofort wieder abzunehmen. Das müssen wir. Aber sowas von... Oh, mein wundervolles Schloss! Griselda! Griselda! True! True! Mein Schloss versinkt wirklich! Warum? Es liegt daran, dass deine Kristalle... Warte, 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 warte. Sag es mir nicht. Prinzessinnen hassen schlechte Nachrichten. Okay, ich sag es nicht. Bottleby macht's. Es liegt an all den Kristallen, die dranhängen. Nein! Bist du fertig? Oh! Okay, jetzt bin ich fertig. Wir müssen den Kristallturm anbauen. Er ist einfach zu schwer. Aber er glitzert doch so toll. Ich liebe ihn einfach so sehr. Ich weiß das. Aber wenn wir ihn nicht wieder abbauen, wird der Turm in das Zuhause der Grismos einsinken. Und zerquetschen. No! True! Sie tut es schon wieder. Griselda! Entschuldige, es ist nicht meine Schuld. Ich hatte keine Ahnung, wo die Grismos leben. Das ist okay. Bottleby und ich versuchen, den Turm aufrechtzuhalten, während du und die Grismos die Kristalle runternehmen. Viel Glück! Ich versuche es, aber ich kann kaum was sehen. So hell ist es hier draußen. Warum ist es so... Ach ja, das war ja ich. Okay, Grismos. Lasst uns stapeln. Baut so hoch, wie ihr könnt. Das sollte sie aufrechthalten. Wir sind schon fast an der Decke. Macht weiter. Beeilung! True! Wir haben keine großen Sachen mehr zum Stapeln. Äh, dann benutzt kleine. Das ist eine tolle Idee. Warte. Hey! Mehr kleine Sachen! Puh. Ja. Wir haben es geschafft. Erfolg! Wir haben die Decke abgestützt und den Tag gerettet. Das sollte in den Geschichtsbüchern stehen. Ohaah! Pass auf! Okay, vielleicht war gerettet das falsche Wort. Wir sollten alle hier rausbringen. Grismos, wir müssen alle nach draußen. Okay, Grismos, ihr wisst, wie es geht. Hopp! Links, rechts, links und los geht's! Wir haben alles ausprobiert. Jetzt brauchen wir Wunschhilfe. Wir haben alles ausprobiert. Auf zum Wunschbau! Schneller, 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 Jubelow. Hallo, Tru und Bab. Oh, das tut mir leid. Geht es dir und den Wünschen gut? Aber klar. Ich war gerade dabei zu testen, wie hoch sie springen können. Sprunghafter Spaß! In der Tat. Aber das helle Licht hat die Wünsche wirklich erschreckt. Das ist das Problem. Es kommt von Griselda Schloss. Sie hat einen so hohen und schweren Kristallton gebaut, dass er das Zuhause der Grismus versenkt. Schöne Schwerkraft, das ist ein Problem. Setzt euch erstmal und wir überlegen uns was. Also, was wollt ihr nun unternehmen? Tja, wir brauchen etwas, das das Blenden unterbricht, während wir arbeiten. Warte, keine Sonnenbrille mehr? Ich hatte mich gerade daran gefühlt, wie eine coole Katze auszusehen. Also, wie eine noch coolere Katze. Oh, Bartle B. Wir müssen das Schloss aufrecht halten, damit es das Zuhause der Grismus nicht zerquetscht. Nicht für immer, aber lang genug, um den Kristallturm abzubauen und die Kristalle wieder zurückzubringen. Klingt, als wüsstest du genau, was zu tun ist. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir. All die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberrei. Wünsche, 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 Wünsche. Zauberrei in allem Wunschbaum. Was für eine faszinierende Wunschgruppe. Lasst uns mal in die Wunschklopädie gucken. Dein erster Wunsch ist tiptop. Es ist ein Stapelwunsch, der aus kleinen zusammenarbeitenden Teilen besteht, die große Strukturen formen können. Hey, die sehen wie kleine Akrobaten aus. Sie sind perfekt geeignet, um die Decke der Christmas zu stützen. Jetzt zu Wunsch Nummer zwei. Ah ja, Zeppli. Er speichert heiße Luft in seinem Körper und dehnt sich aus, wenn er hochsteigt. Hm, vielleicht kann er uns helfen, hoch zum Turm zu kommen und die Kristalle abzunehmen. Der letzte Wunsch, den du hast, ist Rutschi. Es ist ein Rutschwunsch. Du kannst auf ihm nicht nur runter, sondern auch rauf rutschen. Er ist wirklich einzigartig. Ich bin noch nie irgendwo rauf gerutscht. Aber wie er uns mit Griselda Schloss helfen kann, weiß ich noch nicht genau. Ach, du denkst dir was aus. Du bist ein guter Denker. Dankeschön, Sie. Und danke, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Also mach's gut, Sie. Viel Glück. Und los geht's. Danke, Cumelo. Okay, Bees. Zuerst müssen wir die Decke abstützen, damit das Zuhause der Grismus nicht begraben wird. Zeit für Tip Top. Zip, Zap, Zoom, ausgewählt bist du. Mach auf, Tip Top. Wunsch werde wahr. Los geht's, Tip Top. Oh mein Gott, die sind so süß. Wow, die Kleinen sind härter als sie aussehen. Tip Top, Job, Tip Top. Sie stützen das Schloss ab. Also lass uns Griselda jetzt mit den Kristallen helfen. Hey Griselda, wie läuft es denn da oben so? Äh, nicht so gut. Die Gris muss sehen nicht, was sie tun. Wir brauchen etwas, um die Sonne zu blocken. Ja, aber das müsste, hm, riesig sein. Zeppelin wird doch riesig. Lass uns das Licht blocken. Zip, Zap, Zoom, ausgewählt bist du. Mach auf, Zeppelin. Wunsch werde wahr. Okay, Zeppelin. Zeit riesig zu werden. Wow, du bist gigantisch. Dieser Schwanz. Wo soll Zeppelin versuchen, das Licht zu blocken? Ähm, hilfst du mir? Aha, ich hab dich. Oh, oh, oh. Wow. Komm schon, Battleby. Hier lang, Zeppelin. Oh. Es klappt, Battleby. Wackelt es hier? Nein, das bin ich. Mir schlecht. Okay, lasst uns schnell die restlichen Kristalle runterbringen und dann werden wir... Wir sollten nach Tip Top sehen. Wow! Tip Top kann das Schloss nicht ewig halten. Wir müssen die Kristalle schneller herbringen und die Säule wieder aufbauen. Beeilt euch, Grismus! Ich glaube nicht, dass sie noch viel schneller können. Sie sind erschöpft. Oh nein, langsam. Wow, ich hab dich, Kleiner. Was machen wir jetzt, True? Mir ist eine Idee gekommen. Der Grismo ist auf dem Kristall ganz schnell hier runtergerutscht. Hm, wenn wir Rutschi zum Turm bringen, können wir die Kristalle in Windeseile hier runterbefördern. Rutschi, lass uns rutschen. Zip, 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 Zip! Mach auf, Rutschi! Und werde warm! Hi, Rutschi. Du musst uns eine lange Rutsche bis zur Spitze von Griselda Schloss formen. Huhu! Und los! Komm schon, Bottle B. Aber wir sind ganz unten. Sie hat gesagt, dass wir auf Rutschi runter und hochrutschen können. Erinnerst du dich? Also das muss ich ausprobieren. Lass uns rutschen. Und los geht's, Rutschi. Lass uns kurven und kurven und kurven. Ja, True, wir haben keine Zeit zum Spielen. Tun wir auch nicht. Wir versuchen, die Kristalle wieder nach unten zu bringen. Okay, jetzt zusammen. Legt die Kristalle alle auf Rutschi. Und er bringt sie ganz schnell nach unten. Das war's, Rhythmus. Jetzt werdet mal nicht zu begeistert, Leute. Wir haben es geschafft. Gehen wir. Hey, seht mal. Sie haben die Kristalle zurück und erneuern die Säule. Danke für deine harte Arbeit, Tip Top. Du kannst dich jetzt ausruhen. Ja. Das habt ihr toll gemacht, Rutschi und Zeppelin. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Perfekt. True, du hast mein Schloss gerettet. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, als ich alle anderen Türen übertrumpfen wollte. Ein bisschen übertrieben. Ich weiß, es war kein Wettbewerb. Aber ich wollte trotzdem gewinnen. Ja, aber du wolltest auch den Grismus helfen. Und das zählt. Und wenn du immer noch ein bisschen Glitzer an deiner Tür willst, dann haben wir eine Überraschung für dich. Oh, es ist perfekt. Dankeschön, 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 dankeschön. Oh, ja. Oh, ja. Nicht schon wieder. Überraschung für dich, warum? Es war ganz toll, da geht's. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, dieses Zelt steht fest. Ich musste es nur zehnmal probieren. Ich bin klasse. Gut gemacht, Barclay. Ich habe vergessen, dass du da drin bist, True. Sorry. Vielen Dank, Bi. Ich bereite die Schlafsäcke vor. Es ist so schön hier draußen. Es gibt doch nichts Besseres als nur... Glamping. Glamping? Glamouröses Camping. Alle Griseldas sind heutzutage beim Glamping. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie mitgekommen ist. Hier gibt es Dreck. Du weißt, dass Camping rustikal sein soll, oder? Oh, glaub mir, das weiß ich. Ich habe nicht mal mein glitzerndes Schaumbad eingepackt. Ist doch so, oder, Flucki? Ein Welpe? Genau der Helfer, den ich brauche, um meinen lang verlorenen Schatz zu finden. Wer will einen Snack? Ich habe glitzernde Sandwiches. Wer hat die eingepackt? Das sind Glamwitches. Sie sind lecker und wunderschön. Du kannst ruhig Froogielein fragen. Er liebt sie. Knabberzeit! Froogie! Glamper hetzen sich nicht! Hey! Fie, Fafo, Piffi, es gibt nichts Besseres als ein Hundi, Hundi in Hundi, sag ich. So schnuffelig, Piffi, hilf mir meinen Schatz zu erschnüffeln. Hol dir dein Glamwitch! Komm zurück! Iiiiih, Sabberpfützen! Er ist hier langgegangen. Nein! Mein Schnuffelkuchs wird sich hier noch verlaufen in diesem großen, schrecklichen, ekeligen... Irrgarten! Es ist ein Irrgarten! Und er ist nicht ekelhaft, sondern fabelhaft. Und du kommst hier nicht rein! Hat er nicht! Eine Angst, True! Ich werde die kleine Sabbermaschine schon finden! Irgendwie! Wer bist du? Anscheinend hast du noch nie von einem Irrgarten-Troll gehört. Wir sind gemein. Allerdings, wenn ich den Irrgarten nicht bewache, bin ich ziemlich nett. Warum würde jemand so etwas bauen? So unglamourös? Um meinen wertvollen Schatz vor allen zu verstecken, die ihn stehlen wollen. Aber jetzt ist mein größter Schatz da drin! Und das ist auch gut so! Mal ganz unter uns. Der Irrgarten ist so groß, damit wirklich niemand meinen Schatz finden kann. Nicht einmal ich! Aber ein Hund mit solcher Nasenkraft... Oh, dein Knuddelknautsch findet meinen Schatz ganz sicher. Lieber Herr Troll, unsere beiden Freunde sind da drin. Wir müssen sie finden! Schön, aber man kommt in meinen Irrgarten nur rein, wenn man ein Rätsel löst. Wie viele Beeren dieser Körbe so schwer kannst du essen, sodass dein Magen ist nicht länger leer? Oh, das finde ich raus! Warte, Griselda, wir müssen sie erst eine nach der anderen zählen! Eine nach der anderen! Die Antwort ist eine! Was? Das kann nicht sein. Ich habe viel mehr als eine Beere gegessen. Das Rätsel lautet, wie viele Beeren kannst du essen, sodass dein Magen nicht mehr leer ist. Wenn du eine Beere isst, ist dein Magen nicht mehr leer. Ausgerätselt? Das ist richtig! Ohohoh! Ihr dürft hinein! Aber zuerst mache ich mit euch einen kleinen Rundgang. Wow! Wow! Fantastisch, oder? Ein Weg erscheint, wird zu mehreren Wegen. Dann erscheinen überall Türen und ganz schnell ist alles verquer und verdreht. Eintritt! Und was seid ihr zwei dann? Verloren! Hoffnungslos! Wie gesagt, eintreten dürft ihr gerne, aber das bedeutet nicht, dass ihr auch bleiben könnt. Uh, das hat mir selber gerade eine Gänsehaut verpasst. Ich bin so ein guter Bösewicht. Was tun wir jetzt, True? Wir werden Fruki und Bartleby da drin niemals finden. Keine Angst, Griselda. Wir holen sie da schon raus. Aber dafür brauchen wir Wunschhilfe. Wenn du zum Wunschbaum gehst, komme ich mit dir. Natürlich kommst du mit. Wir können das hier nur schaffen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Qumelo! Zum Wunschbaum, Qumelo! Oh nein! Sie? Bist du zu Hause? Sie? Hi, True und Griselda. Die Wünsche und ich sind Campen. Diese drei haben sich ein Verdienstabzeichen verdient. Campen macht einfach Spaß. Sie reden wir etwa immer noch darüber? Campen ist seit fünf Minuten out. Wir sind nicht wegen Camping hier, sondern wegen eines Irrgartens. Irrgarten? Oh, ich liebe Rätsel. Klingt spaßig. Es ist ein riesiger Irrgarten und Fruki und Bartleby sind darin gefangen. Oh, das klingt weniger spaßig. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Nein, danke. Prinzessinnen sitzen nicht auf Pilzen. Lass mich runter. Bleib ruhig. Sch, sch, sch. Alles ist gut. Der Pilz wird wieder runterkommen. Möglicherweise. Wie kann der Wunschbaum helfen, True? Also, dieser Irrgarten ist schwierig. Mit Wänden, die sich bewegen und so. Wir brauchen einen Wunsch, der uns den Weg finden lässt. Hilfe! Ich sitze hier oben fest. Fest? Ja. Wenn wir im Irrgarten feststecken, brauchen wir einen Wunsch, der uns da wieder rausholt. Danke, Griselda. Gern geschehen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Oh, Wunschbaum, bitte teile mit mir. All die Wünsche, ich warte hier. Oh, Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberrei. Wünsche, 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 Wünsche. Mein erster Wunsch ist Punktfleck. Er macht dir so viele Punkte, wie du brauchst. Perfekt. Punktfleck hilft uns, aus dem Irrgarten wieder rauszufinden, falls wir uns verlaufen sollten. Wir müssen nur den Punkten folgen. Holkardots sind großartig. Das ist mal ein Wunsch mit Stil. Dein zweiter Wunsch ist Seilchen. Dieser Seilwunsch ist eine große Hilfe, wenn ihr über etwas klettern oder etwas zusammenbinden müsst. Das könnte hilfreich sein, um aus schwierigen Situationen rauszukommen. Und schließlich habt ihr noch Schleichi. Ein seltener und ungewöhnlicher Wunsch, in der Tat. Dieser Wunsch kann alles verlangsamen. Das ist unglaublich. Ich bin nur nicht sicher, wie Verlangsamung uns beim Retten unserer Freunde helfen kann. Ich bin sicher, du findest einen Weg, True. Dem stimme ich zu. Und ich habe immer recht. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Viel Spaß mit deinem Camping-Kram. Viel Glück, ihr zwei. Ich bin sicher, ihr seid fantastisch. Fru-Key! Fru-Key! Oh, was soll das? Wie komme ich hier wieder raus? Ich warne dich. Meine Ninja-Katzensinne sind bereit. Fru-Key! Oh, bin ich froh, dich zu sehen. Oh, okay, sei vorsichtig, wo du hintrittst. Dieser Irrgarten ist voller Fall! Lauf! Und wir sitzen fest. Danke, Q-Me-Low. Hey! Hey! Kommt sofort zurück! Fru-Key, wir müssen hier rauskommen. Gib mir einen Schub. Fru-Key? Das ist kein guter Zeitpunkt, um auf dem Hintern zu rutschen. Ja! Ich nehm's zurück. Dein Hintern ist der Beste. Warte auf mich! Warte auf mich! Hast du das gehört? Das ist Batebi. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wie bleiben wir auf dem richtigen Weg? Es gibt so viele Abzweigungen. Zusammen werden wir den richtigen Weg schon finden. Aber bevor wir noch weiterlaufen, sollten wir lieber sicherstellen, dass wir hier auch wieder herausfinden. Zip, 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 ausgewählt bist du! Warte auf, Punktfleck! Wunsch werde wahr! Punktfleck, kannst du hinter uns eine Punktspur zurücklassen, wenn wir weitergehen? Rubberlue! Oh, glitzerndes Pink. Fast als würde er mich kennen. Broogie, wo bist du? Batebi! Wirklich clever! Der nette Troll in mir würde die Punkte einfach da lassen. Aber ich brauche diesen Hund, um meinen Schatz wieder zu finden. Also bin ich ein mieser Troll! Oh, wir gehen schon seit Stunden! Wieso passiert das ständig? Griselda, sieh mal! Hier bist du schon mal hingefallen! Das bedeutet, dass wir hier schon mal waren! Wir laufen also die ganze Zeit im Kreis! Niemals! Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Punktfleck macht immer noch Punkte. Uns wäre doch was aufgefallen. Komm mal her! Hey, der Troll stiehlt unsere Punkte! Oh, was für ein Fiesling! Wenn wir keine Punkte mehr haben, um zu sehen, wo wir waren, kommen wir hier nicht mehr raus! Dieses Problem lösen wir später. Erstmal müssen wir den Troll davon abhalten, uns aufzuhalten. Punktfleck, kannst du uns einen riesengroßen Punkt machen? Robo-Badu! 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 Danke, Punktfleck! Der Troll wird seine wahre Freude daran haben, diesen Punkt zu entfernen. Also los! Ohohoho! Der ist aber groß! Als würde mich das stoppen würden! Buki, warte! Wenn wir stecken bleiben, kommen wir hier niemals raus! Erst gehe ich, dann du! Was habe ich gerade gesagt? Ah, Troll! Auf die Tür ist nur ein Troll draufgemalt. Ah, Troll! Auf, bloß noch so eine Troll-Tür. Und zwar noch schlimmer als die letzte. Das höre ich oft. Wollt ihr weiter durch mein Labyrinth ziehen, müsst ihr noch ein Rätsel lösen. Solltet ihr das Rätsel nicht lösen, bevor das Vogelbad in der Erde versinkt, müsst ihr meinen Irrgarten für immer verlassen. Verraten Sie uns das Rätsel, Herr Troll. Wir sind bereit. Welcher Teil dieses Vogels fliegt nicht hoch hinaus und kommt stets aus dem Vogelbad ganz trocken heraus? Was ist das? Es taucht ins Vogelbad ein, bleibt aber trotzdem trocken. Vielleicht seine riechende Achse? Oh, ich kann es nicht gut genug sehen. Schnell, versuch ihn zu fangen! Der Vogel ist zu schnell. Wir hätten eine bessere Chance, seinen Schatten zu fangen. Schatten? Der Vogel ist oben am Himmel. Aber sein Schatten ist hier unten am Boden. Und sein Schatten kann ins Vogelbad gehen, ohne nass zu werden. Ich hab die Antwort. Sein Schatten! Ausgerätselt! Wieder richtig. Ihr dürft passieren. Schon wieder. Aber ich warte hinter jeder Ecke mit neuen Rätseln, bis ihr endlich aufgeht. Wir sehen uns! Ich meine... Wir sehen uns! Wie sollen wir diesen Troll jemals davon abhalten, uns aufzuhalten? Lass uns mal darüber nachdenken. Wir müssen von ihm wegkommen. Aber er kennt den Irrgarten wie seine Westentasche. Ja, er ist raffiniert. Wir müssen ihn einfach nur so lange aufhalten, bis wir Batebi und Fruki gefunden haben. Dafür hab ich genau den richtigen Wunsch. Schleichi! Seht mal, wer wieder da ist! Einen Moment, bitte! Zip, 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 ausgewählt bist du! Waff auf, Schleichi! Wunsch werde wahr! Hallo, Schleichi! Lass uns diesen rätselsüchtigen Troll mal ausbremsen. Hier ist euer nächstes Rätsel. Was springt in die Luft? Aber kommt niemals runter! Du! Tada! Langweiler! Pass gut auf ihn auf, Schleichi! Mach, dass er schön langsam bleibt! Danke! Hier lang! Hättest du denn nicht warten können, bis ich durch bin? Prinzessinnen zuerst! Das weißt du doch! Frookies Halsband! Erinner mich daran, das auf die Wäscheliste der Grismus zu setzen. Frookie! Wo bist du mein Stinky-Knutsche-Muffin? Stinky ist bei mir! Stinky ist bei mir! Hier drüben! Wo auch immer hier ist! Bartibi, wir kommen schon! Der muss sie aufhalten! Frookie! Wir kommen! Was für eine Heile, Garten! Total verwirrend! Frookie! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt um... Warte! Dein Hintern hat uns letztes Mal gerettet! Mach weiter! Bewege deinen Hintern, Junge! Du hast es geschafft! Oh oh! Ah! Frookie! Bartibi? True! Ich bin so froh, dich zu sehen! Hast du mich vermisst? Natürlich, Bartibi! Geht es euch beiden gut? Ja! Aber wir sitzen hier unten fest und Frookie denkt, Sabberküsse würden irgendwie helfen! Hilfe! Wir holen euch da sofort raus! Äh, Schleichi? Oh nein, hast du keine Energie mehr? Ähm, aber das bedeutet... Ha! Ja, ich bin wieder da! Aber ihr zwei bekommt keine Rätsel mehr! Ich meiße euch sofort aus meinem Irrgarten raus! Hoho! Wartet mal! Diese Grube! Ich erinnere mich! Hier habe ich meinen Schatz vergraben! Der Hund hat ihn gefunden! Da-da! Le-le-le-le-le! Ups! Mein magischer Knüppel! Ausgerätselt! Ohne meinen Knüppel kann ich sie nicht aus dieser Grube holen! Ich werde diesen schrecklichen Irrgarten nicht ohne mein Frookie-Line verlassen! Hast du mich verstanden? Ja! Wow! Du wärst ein wirklich guter Irrgarten-Troll, weißt du? Keine Sorge! Ich habe einen Wunsch, der uns hilft, alle da unten rauszuholen! Sip-Sap-Zu! Ausgewählt bist du! Wapp auf, Seilchen! Wunsch werde wahr! Hallo, Seilchen! Ich brauche ein langes Seil, um unsere Freunde aus dieser Grube zu retten! Kannst du uns helfen? Oh, schön! Seil, 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 herbei! Greif zu, ihr zwei! Hab es! Warum bewegen wir uns nicht? Fruki, lass das Ding los! Nein! Das ist mein Schatz, er hat ihn! Dein Schatz ist doch völlig wertlos, solange er da unten mit unseren Freunden steckt. Oh, das ist alles meine Schuld! Ich muss das wieder hinbiegen! Ich komme, um dich zu retten, Knutschie! Ich auch! Ja! Ausgerätselt! Jetzt brauche ich einen neuen Knüppel! Und ich bin nicht stark genug, um das hier alleine zu schaffen! Ja, dieser Hund hat einen Kiefer aus Stahl! Wir könnten uns doch gegenseitig aus diesem Schlamassel raushelfen! Du willst mit ihm zusammenarbeiten? Er wollte uns den ganzen Tag aufhalten! Die einzige Chance, alle daraus zu bekommen, ist zusammenzuarbeiten, Griselda! Alles klar! Bist du bereit, Seilchen? Bereit, Griselda? Aha! Ich wünschte, zusammenzuarbeiten! Hieße nicht, seine Stinkefüße festhalten zu müssen! Wow! Ich hab sie erst letztes Jahr gewaschen! Das bedeutet nichts Gutes! Oh-oh! Schnell! Nimm meine Hand! Komm, Sabbermaschine! Gehen! Ja! Zieh mit mir zusammen, Seilchen! Wir können das schaffen! Mhm! Ja! Ah! 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 Wir haben's geschafft! Das hast du toll gemacht, Seilchen! Jee-ha! Mein Frookilein! Mein Schätzelein! Oh, vielen Dank, tausend Dank! Ich danke euch von ganzem Herzen! Zusammenzuarbeiten hat es gebracht! Ich hab's doch gewusst! Dein Schatz ist ein Hundeknochen! Ja, ein Hundeknochen! Deshalb brauchte ich an Welpen, um ihn zu finden! Du hast meinen heiß geliebten Frookie all dem ausgesetzt, nur wegen eines kleinen glitzernden Hundeknochens? Du bist echt mies! Ihr habt recht! Ich war heute wirklich mies zu euch! Ich-Ich mach das doch nur, damit sich niemand im Irrgarten verehrt! Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen! Ja, der ist für dich! Du sagst zwar, du wärst ein gemeiner Troll, aber ich finde, du kannst doch sehr nett sein! Du hast meinem Schatz deinen Schatz gegeben! Wie soll man diesem süßen Fratz widerstehen? Ich denke, es schadet nicht, wenn du Frookie ab und zu besuchst! Oh, wirklich? Oh, vielen Dank! Vielen Dank! Prinzessinnen-Gruppen-Knuddler! Oh! Ähm, wie kommen wir jetzt hier raus? Folgt dem Superschnüffler! Yay! Glamping! Was ist Glamping? Es ist glitzrig, du wirst es mögen! Komm mit! Super-Duper-Tanz-Party! Ich liebe Balance! Ah! Sorry, True! Schon okay, Battleby! Wir haben noch ganz viele andere Dekorationen, die nicht platzen! Puh! Danke, True! Und wenn wir fertig sind, wird das Kolosseum super aussehen! Super-Duper! Für die Regenbogenkönig! Super-Duper-Tanz-Party! Juhu! Danke, dass ihr mit dem Dekorieren angefangen habt, aber es wird Zeit, dass das ein professioneller Dekorateur übernimmt. Und das bin ich! Und meine Dekorationen werden nicht das einzige Sehenswerte sein! Du bist wirklich eine gute Tänzerin, Griselda! Ich weiß! Und wenn wir fertig sind und die Party richtig gut läuft, wird das endlich auch jeder überall wissen! Ja, Spielzeit! Na, immerhin hast du Spaß! Jetzt hör auf, mich voll zu sabbern! Hey, lass mich dir helfen! Danke für den Tanz, True! Gern geschehen, Battleby! Hallo, True! True! Wie laufen die Vorbereitungen für meine super-Duper-Tanz-Party? Großartig, Eure Majestät! Wir sind schon fast fertig! Und das Beste von allen? DJ Bingo Bongo wird auch dabei sein und richtig gute Musik machen! Das ist ja der Wahnsinn! Alle Augen im Königreich werden auf ihn gerichtet sein! Alle Augen? Das ist meine Chance! True, würdest du dir was ausmachen, ihn am Bahnhof abzuholen und dann hierher zu bringen? Aber gerne, Eure Majestät! Es wäre mir eine Ehre... ...sie nicht noch so viel mit dem Dekorieren zu tun hätte? Aber keine Sorge, Regenbogenkönig! Ich hole Wingo Klingo! Hab ich doch gesagt! Tada! Das ist meine Chance! Bingo Dingo noch vor der Party zuhören! Wie nett, von Griselda Bingo Bongo für uns abzuholen! Ja, war es, oder? Vielleicht etwas zu nett? Im Namen des Regenbogenkönigs heiße ich dich herzlich willkommen, Bingo Bongo! Oh, danke! Hä? Was? Nein! Nein, du nicht! Oh, wie schön! Fruki, stopp! Danke, kleiner Kerl! Oh, da bist du ja! Endlich! Ja! Mein Name ist Bingo Bongo! Hallo, Blingo Blango! Oh, es ist Bingo Bongo! Hab ich doch gesagt! Und ich bin Griselda! Wir sind alle total aufgeregt, deine Musik bei der Super Duper Tanzparty zu hören! Super! Ich bin ein wenig nervös, aber ich bin total bereit! Keine Sorge, sobald ich anfange zu tanzen, werden alle nur mich ansehen! Oh, cool! Glaube ich! So, und jetzt lass uns in meine große Halle gehen, wo ich, äh, ich meine wir zusammen proben können! Okay! Ich möchte hören, was du kannst! Wow! Das Kolosseum sieht so toll aus! Ja, wir haben alles gegeben! Die Ballons hängen, die Luftschlangen fliegen, der Kratzbaum steht! Du weißt schon, für jeden, der Lust aufs Kratzen hat! Okay, der Kratzbaum ist nur für mich! Oh, warte! Wir haben was vergessen! Was? Nickerchen! Ach, Fisch-Busch-Cracker! Griselda sollte bald mit Bingo Bongo zurück sein! Ich warte auf sie! So, Grismus! Tut so, als wärt ihr das Volk! Nur zugucken! Und ich gehe auf die Bühne! Verstanden? Ja, äh, äh... Musik! Stopp, stopp, stopp! Kannst du bitte mal etwas spielen, zu dem ich tanzen kann, ohne dass alle anderen auch tanzen wollen? Von vorne! Oh! Niemand kann dazu tanzen! Nicht einmal so eine tolle Tänzerin wie ich! Ich bin zutiefst verärgert! Es tut mir leid, wenn ich nicht mal für eine so tolle Tänzerin spielen kann! Bin ich vielleicht... Ein schlechter DJ! Ich bin sicher, du kannst es besser! Du möchtest doch schließlich auf keinen Fall den Regenbogenkönig und all die anderen Gäste enttäuschen! Okay, probieren wir es nochmal! Los geht's! Wingo Klingo! Wingo Klingo! Unhöflich! Ah, ich hatte den tollsten Traum von meinen Fischpustikrackern, als du mich geweckt hast! Ach, sie haben auf meiner Zungenspitze getanzt! Oh, Fischpustikracker! So fischig, so pustig, so knusprig! Dein Traum klingt lecker! Aber wir haben ein Problem! Griselda und Bingo Bongo sind nicht im Kolosseum aufgetaucht! Und hier sind sie auch nicht! Ich schaue mit meinem Katzenauge und ich sehe... Ah! Ein Bingo Bongo! Ihr geht weg! Stopp! Warte, Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Warte, komm zurück! Tju, stopp den Kuss! Na ganz toll! Und jetzt haben wir gar keinen DJ für die Super-Duper-Tanzparty! Was ist passiert? Warum hast du Bingo Bongo nicht getroffen? Ich hab ihn getroffen! Er ist zum Üben in mein Schloss gekommen! Aber er hat nicht sehr gut gespielt! Wirklich nicht! Wirklich? Das klingt gar nicht nach ihm! Dann hat er gesagt, er wäre ein schlechter DJ und lief weg! Einfach so! Wo finden wir denn jetzt einen neuen DJ? Ich glaube nicht, dass wir einen neuen DJ brauchen! Wir müssen Bingo Bongo einfach helfen, sich gut zu fühlen! Wir brauchen Wunschhilfe! Q-Malo! Hi, Q-Malo! Bist du bereit, uns zum Wunschbaum zu bringen? Dann lasst uns los! Danke, Q-Malo! Hi, Z! Hey, Z! Hi, True und Butterbee! Was machst du da? Das ist mein Wunschoskop. Damit kann ich in einen Wunsch reingucken, um sein Temperament zu verstehen. Temper... was? Was für eine Persönlichkeit er hat. Schau mal, dieser Wunsch hat eine blubberige Mitte. Das bedeutet, er liebt es zu lachen. Zum Beispiel so. Äh... Dankeschön, Wunsch. Und seid ihr beide bereit für die Super-Duper-Tanzparty? Nicht wirklich. DJ Bingo Bongo ist gegangen. Oh nein, ohne DJ haben wir keine Musik. Nehmen wir uns einen Moment. Also, warum ist Bingo Bongo gegangen? Griselda sagt, er hätte nicht gut gespielt. Und als wir ihn gesehen haben, sah er wirklich traurig aus. Ja, er hat Griselda sogar gesagt, er wäre ein schrecklicher DJ. Hm, es klingt, als hätte Bingo Bongo sein Selbstvertrauen verloren. Selbstvertrauen, natürlich. Selbstvertrauen. Äh, was ist Selbstvertrauen? Es bedeutet, du weißt, dass du etwas gut kannst. Wenn ich also weiß, dass ich ziemlich gut im Kitty-Nati-Sprung-Dreh-Tritt bin... ...dann hast du Selbstvertrauen. Ja, habe ich. Sprung und drehen und Tritt. Huh, ha, hey. Aber wenn Bingo Bongo denkt, er könne keine Musik mehr spielen... ...dann hat er sein Selbstvertrauen verloren. Wir müssen ihm helfen, es wiederzufinden. Ich bin auch super im Springen und Drehen und... ...weck fallen. Tolle Aktion, Bartleby. Selbstvertrauen. Ich denke, Bingo Bongo gute Laune zu bereiten, wäre bestimmt ein guter Anfang. Er war auch so still, als wir ihn gesehen haben. Vielleicht braucht er was, das ihm hilft, lauter zu sein. Denk daran, er braucht seinen Beat zurück. Das ist alles super wichtig für einen DJ. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir. All die Wünsche, ich warte mir. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Stauben. Pam, Pam! Wunschbaum, bitte teile, bitte teile, bitte teile, bitte teile, bitte teile, bitte teile, bitte teile. Tauben bei mir in allem Wunschbaum. Ich kann dir mehr über sie erzählen. Lass uns in die Wunschklopädie gucken. Ah ja, hier ist er. Flatterli ist fantastisch im Vibrieren. Vibrieren? Das bedeutet, seine wackeligen Arme können alle gleichzeitig rumflattern. Das ist super. Wir wollen Bingo Bongo aufmuntern. Also lassen wir Flatterli schwiegen, bis Bingo Bongo gickelt. Ich bin sicher, das dauert nicht lange. So, dein zweiter Wunsch. Ah, hier, Bum Bum. Er kann die leisesten Geräusche ganz laut machen. Der perfekte Wunsch für einen zu leisen DJ. Was? Buffet? Ist das all you can eat? Wo ist dein dritter Wunsch? Ah, hier ist er, Beatpfote. Er springt auf und ab und zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich weiß noch nicht wirklich, wie Springen Bingo Bongo helfen soll. Aber ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Danke dir, Sie. Und danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Komm, Bartel B. Lass uns Bingo Bongo finden und ihm helfen, sein Selbstvertrauen zurückzubekommen. Mach's gut, B. Viel Glück. Da ist Bingo Bongo. Oh nein, es sieht aus, als würde er in den niemals endenden Wald gehen. Wir müssen ihn aufhalten. Ups. Ich weiß, was ich sagen muss, um ihn aufzumuntern. Bingo Bongo? Der Bingo Bongo? Du bist es. Wir lieben deine Musik. Warum? Ich bin ein schrecklicher DJ. Okay, das hat nicht geklappt. Mein Name ist True und das ist Bartel B. Wir sind gekommen, um dich zur Super-Duper-Tanzparty zu bringen. Ich kann da nicht spielen. Tut mir leid. Ups. Wir müssen wirklich etwas machen. Es wird Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, 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 zu. Ausgewählt bist du. Wach auf, Flatterli. Wunsch werde wahr. Okay, Flatterli. Kannst du ein bisschen Giggelschwigeln, um Bingo Bongo giggeln zu lassen? Giggelschwigeln. Es funktioniert nicht. Probieren wir es noch mal. Schwigel größer, Flatterli. Ich schwigel und schwaggel. Sieh her, wie ich wackel. Ein großes Schwigel. Schwigel, 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 Schwigel. Schwigel, 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 Schwigel. Ich brabbel und wackel und zappel. Wow. Der Plumps hat einen tollen Klang gemacht. Lass mich mal probieren. Bingo Bongo liebt musikalische Klänge. Wenn wir mehr davon machen, muntert ihn das vielleicht auf. Ich weiß, du versuchst nicht zu lachen. Komm schon. Ich sehe ein kleines Lächeln. Mach es zu einem Lachen. Okay. Okay. Du hast es geschafft. Du hast mich zum Lachen gebracht, obwohl ich gar nicht wollte. Du bist gut. Danke. Du aber auch, Flatterli. Genug geschwigelt. Komm zurück zu den anderen. Geht es dir jetzt besser? Ja. Danke. Gut genug, um auf der Super-Duper-Tanzparty zu spielen? Ach, ich weiß nicht. Ich möchte gern. Aber was, wenn ich... Ich bin wirklich schrecklich. Warum versuchst du nicht erst hier Musik zu machen? Niemand hört zu. Außer uns. Okay. Los geht's. Das ist es. Du kannst es. Boah, ich kann nicht. Ich bin schrecklich. Ich schaffe es nicht. Oh nein. Bingo Bongo, warte. Nein, hört auf, mir hinterher zu laufen. Ich sehe ihn. Er versteckt sich hinter einem Baum. Ich habe mich schon oft hinter Bäumen versteckt. Es ist kein gutes Zeichen. Bingo Bongo, das war ein toller Anfang. Du musst nur noch warm werden. Musik machen kannst du doch am besten. Was ich am besten konnte. Jetzt enttäusche ich einfach nur noch jeden. Sein Selbstvertrauen ist total erschüttert. Was machen wir nur? Wie sollen wir ihn überzeugen, auf der Party zu spielen, wenn er nicht mal für uns spielen will? Ah, nicht für uns, mit uns. Komm mit. Oh, fetter Sound. Als ich auf Flatterly gespielt habe, ist Bingo Bongo mit eingestiegen und hat seinen eigenen Klang gemacht. Wenn ich ein ganzes Lied spiele, macht er vielleicht wieder mit. Tolle Idee, True. Lass uns Musik machen. Das ist toll. Jeder kann mitmachen. Sei nicht schüchtern. Halt, 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 Halt. Ich sagte Halt. Klingt so, als bräuchten wir mehr Übung. Wir brauchen jemanden. Jemanden, der uns den Beat gibt, nachdem wir spielen können. Wartet, ich habe eine Idee. Mein Beat-Pfoten-Wunsch kann uns mit dem Beat helfen, indem er hoch und runter springt. Zip, 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 ausgewählt bist du. Wach auf, Beat-Pfote. Wunsch werde wahr. Beat-Pfote, wie wäre es, wenn du uns einen Beat zeigst, der uns von den Füßen reißt? Aha. Okay, Beat-Pfote, zeig uns, wie du springst. Oh, wow. Vielleicht etwas langsamer. Kannst du zu einem regelmäßigen Beat springen? Bum, 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 bum. Oh, yeah. Das machst du toll. Okay, es geht los. Uh, uh, uh. Ich singe so gern. Uh, uh, uh. Schöne Melodien. Freunde, leg los und tanzt. Musik ist, was ich tue. Ich treffe den Beat, damit ihr tanzt. Meine Freunde. Bingo, Bongo, du bist großartig. Wirklich jeder tanzt. Du bist ein richtig guter DJ. Danke, True. Das bedeutet mir viel. Hi. Worauf warten wir noch? Wir haben eine Super-Duper-Tanzparty. Die Super-Duper-Tanz-Musik-Brau. Lasst uns gehen. Äh, nach dir. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wow, hört euch die Leute an. Klingt, als wären sie bereit zu tanzen. Bist du bereit, sie tanzen zu lassen, Bingo, Bongo? Ich denke schon. Äh, vielleicht. Ja. Ja. Ja, ich bin bereit. Ja. Wartet. Nein. Ich hab's mir überlegt. Nein. Du bist immer noch nicht bereit zu spielen? Ich war bereit dafür. Aber jetzt bin ich unsicher. Oh, hallo, Jingo Klengo. Es heißt Bingo Bongo. Hab ich doch gesagt. Du bist wieder da. Dann hat die Super-Duper-Tanzparty wohl doch ein DJ. Ich weiß nicht. Manche Leute denken, ich bin nicht gut genug. Griselda, als du Bingo Bongo gesagt hast, er würde zu schlecht spielen, hat er dir das geglaubt. Und jetzt ist er wirklich traurig. Tut er das? Ich wollte nicht, dass er sich schlecht fühlt. Aber wenn er nicht spielen will, kein Problem. Ich habe meinen eigenen DJ zur Party mitgebracht. Okay, Frookie, lass was hören. Fang ruhig an. Frookie, Schnuppie, Liebes. Ich weiß, du kannst das. Bitte. Er sollte beim Sabbern bleiben. Das kann er wenigstens. Oh, okay, schön. Lasst wie auch immer er heißt spielen und lasst alle anderen tanzen. Yeah. Ich wollte doch nur, dass alle mich angucken. Oh. Griselda? Jeder liebt es zu tanzen. Aber wenn wir alle zusammen tanzen, haben wir am allermeisten Spaß. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen. Es wird keine Tanzparty geben. Was? Regenbogenkönig, was ist passiert? Seht nur, es gibt kein Publikum. Oh nein. Also waren die Geräusche, die wir gehört haben, von Leuten, die das Kolosseum verlassen haben, anstatt reinzukommen. Hi. Da Bingo Bongo nicht aufgetaucht ist, sind sie wieder nach Hause gegangen. Wirbelnde Wolken. Hieran ist gar nichts super duper klasse. Bingo Bongo ist jetzt hier, eure Majestät. Er kann die Party noch retten. Aber wie, True. Es ist niemand mehr da. Du bist der Einzige, der die super duper Tanzparty retten kann, Bingo Bongo. Denkst du, du schaffst das? Die Party retten? Ja, das schaffe ich. Tanz, 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 Tanz. Ich verstehe es nicht. Ich spiele super, aber keiner kommt zurück. Vielleicht können sie dich nicht hören. Keine Sorge, ich habe da was. Zip, zapp, zu, ausgewählt bist du. Wach auf Bum Bum. Wunsch werde wahr. Okay Bum Bum, bist du bereit die Lautstärke hochzudrehen? Dann lass uns die Musik ins ganze Königreich bringen. Es funktioniert. Du hast unsere Super-Duper-Tanzparty gerettet. Danke, True. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht zurück auf der Bühne. Ja, gleich ist es soweit und dann wird jeder hier tanzen. Es würde helfen, wenn ihnen jemand zeigt, wie. Hey, du hast Fans. Du hattest recht, True. Mit anderen zusammen tanzen macht Spaß. Du kannst toll tanzen, Griselda. So etwas nenne ich eine Super-Duper-Tanzparty. Danke, True. Es war mir eine Ehre, Majestät. Yeti-Sitting Nächster Halt. Das Yeti-Dorf. Sind wir schon da? 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 Die Yeti-Babys werden dein Spielzeug sicher lieben. Danke fürs Mitnehmen, Bartel B. Und danke, dass du zum Helfen mitkommst, Griselda. Oh, gar kein Problem. Ich bin ja immerhin ein Profi, wenn es um Babysachen geht. Ich habe mein Wie-Zieht-Man-Ein-Frookie-Großbuch dabei. Geschrieben von der besten Autorin, die es gibt. Mich. Oh, ein ganzes Kapitel über Babysprache? Ich spreche es fließend. Pass auf. Freut sich der schnuffelige Bartel B, die kleinen Yeti-Lines zu sehen? Mhm. Oh, sie ist gut, ja. Du bist eine Baby-Expertin. Mhm. Ich habe Frookie ganz allein großgezogen und er ist perfekt. Babysitten wird ein Klacks. Richtig. Wir müssen nur versuchen, uns nicht aus Versehen auf die Babys draufzusetzen. Okay, Gris? Nicht auf die Babys setzen. Hier. Ich habe ein ganzes Kapitel, wie man sich nicht auf Babys setzt. Letzter Halt. Das Yeti-Dorf. Wir sind da. Das wird einfach absolut toll. Hi. Hallo, Örg. Wir sind so was von bereit, auf deine flauschigen Drillinge aufzupassen. Ich habe mein Frookie-Trainierbuch. Und ich habe mein ganzes Spielzeug dabei. Hi, Snick. Hi. Babys. Oh, sie sind fast süß genug, um Prinzessinnen zu sein. Oh, okay. Die Babys haben gerade geschlafen. Und hatten ein paar Nimmelbären. Und jetzt sind sie bereit für die Spielzeit. Sagte gerade jemand. Spielzeit? Nein, das nicht. Das nicht. Nein. Ja. Ja. Hm. Was sollen wir spielen? Fangen? Jage deinem Schwanz hinterher? Mit der Geburtelbeam mit Küssen? Frookie kann das stundenlang spielen. Oh, 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 oh. Äh, nein. Ich, äh, oh, oh, oh. Äh, oh. Ciao. Wir sehen uns beim Sonnenuntergang. Wir sorgen dafür, dass sie dann schon im Bett sind. Alles klar, ihr Süßen. Wer möchte von True durchgekitzelt werden? Hey, wo sind sie hin? Ich hab Grog. Korrigiere, ich hatte Grog. Oh, haha. Fluch, niemand fasst die Krone an. Haha. Äh, runter. Fuß. Oh, Platz. Okay, Grog. So ein gutes Mädchen. Huckepacker, die Arme werden etwas schwer. Ich werde dich für eine Sekunde runterlassen. Okay, wer will katzen, Huckepack? Hä? Was? Jörg, da bist du ja, du frecher Schlingel. Guter Ninjafang, Bi. Dreh dich. Die Pferdchen. Ich denke, wir sollten diese kleinen Energiebinde nach draußen bringen. Wo alles weniger zerbrechlich ist. Wer hat Lust auf eine kleine Ausfahrt? Warte, wir brauchen Spielzeug. Mein Fruki-Schnucki geht ohne sein liebstes Kauspielzeug nirgendwo hin. Bi, was hast du dabei? Mal sehen, vielleicht eine Quietsche-Maus? Nein, Fadenknäuel? Jemand interessiert? Hm, nicht einfach. Jetzt weiß ich's. Damit macht man nichts falsch. Ein Folienball. Die Babys. Sie sind verschwunden. Sie wollten dann zum Spielplatz gehen? Okay, wen soll Onkel Bartleby anschubsen? Nach einer kleinen Pause. Flu, das ist so eine süße Pose. Okay, und jetzt bleib. Das muss ich einfach facebubbeln. Bereit? Sag, ich bin süß. Na? Alberner Flu, komm wieder runter. Das Einzige, was süßer ist als eine Prinzessin, ist eine Prinzessin mit einem Yeti-Baby. Okay, komm schon, Babys. Schön vorsichtig. Flu, du musst runterkommen, weil... Ich finde keine Seite für was tun, wenn Fruki zurückklettert. Nein, Fluch, Fuß. Okay, das hat Spaß gemacht. Und wisst ihr, was auch richtig Spaß macht? Ganz entspannt am Fluss entlang zu spazieren. Haha, du hast recht, True. Das klingt viel weniger absturzgefährdet. Seht ihr? Das macht Spaß, oder? Ich glaube, sie will am Baum schnüffeln. Fruki liebt es, an Bäumen zu schnüffeln. Und danach würde er... So was macht Fruki aber nicht. Oh, äh, danke, Grock. Aber wir stellen das lieber wieder hin, okay? Warte, ich meinte dahin zurück, wo du es her hast. Guter Junge, Flu. Und jetzt zeigt Rob, wie man richtig mit Bäumen spielt. Oh, oh, dieser Baum steuert auf die Brücke zu. Äh, True, das ist eine Menge Wasser. Wir müssen die Drillinge irgendwie wiederfinden. Na los, komm schon. Ich bin mir sicher, in meinem Buch, wie trainierst du deinen Fruki, steht etwas darüber. Da bist du ja, bleib genau da, ich komm dich holen. Ja, 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 ja. Kommt schon, Leute, springt! Wow, bei Ihnen sieht's so leicht aus. Das ist gar nicht zum Vergleich zu Fukis Training. Wir brauchen Wunschhilfe. Cune along! Puh, das war cool. Danke, Cumalo. Rizelda, ist es okay, wenn du so lange auf die Drillinge aufpasst? Natürlich, ich habe die Kontrolle. So wie immer. Klasse, wir sind schnell wieder da. Zum Wunschbaum bitte. Los, los, Cumalo! Sie! Hi, Drew. Hey, Bartleby. Wie lief das Babysitten? Wir haben ein Problem. Die Yeti-Drillinge sind mit ihrem Wagen davon gerollt. Und dann haben wir sie gefunden. Aber sie haben angefangen, Bäume auszureißen. Der Fluss wurde verstopft. Das ganze Yeti-Torf ist überflutet. Und Griselda treibt einfach da rum. Und die Babys schlafen definitiv nicht. Und Irk und Snig werden jeden Moment wieder da sein. Unsymmetrische Gleichungen. Das ist ein großes Problem. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Okay, Drew. Wie kann dir der Wunschbaum behilflich sein? Also, die Drillinge sind gerade sicher. Wir sollten zuerst die Überflutung des Dorfes beheben. Gute Idee. Ihr solltet das größte Problem zuerst angehen. Es ist so viel Wasser, das alles umhertreibt. Ja, und auf Baumstämmen laufen ist viel schwieriger, als es aussieht. Wirklich. Die Drillinge lassen es so einfach aussehen. Es ist unmöglich, sie einzufangen. Aber wir könnten sie zusammentreiben. Der Wunschbaum hat dich erhört, Drew. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir. All die Wünsche, ich warte hier. Reifen! Wunschbaum, wo ich bin dabei. Zeile mir alle deine Zauberrei. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesen Wünschen. Sehen wir nach, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte sagt. Das ist Greifer. Hey, ja, Greifer! Greifer hat superstarke Greifkräfte. Er kann alles greifen und selbst die schwersten Gegenstände heben. Perfekt. Greifer, du kannst uns helfen, den Fluss zu befreien. Dein nächster Wunsch ist Drücker. Oh ja, das ist ein toller Wunsch. Drücker! Drücker liebt es, lange Umarmungen an alle zu verteilen. Jeder liebt Umarmungen. Umarmungen! Drücker, du treibst die Drillinge zusammen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch... Oh ja, Drehi! Ein super starker Wunsch! Drehi! Toll, dich wiederzusehen! Dieser hier ist eine Naturgewalt. Drehi kann alles verdrehen. Sogar ein Tornado. Das ist unglaublich! Ich weiß zwar noch nicht, wie Drehi uns mit der Flut oder den Drillingen helfen kann, aber uns fällt schon was ein. So, Zip-Zap wünsche in den Rucksack. Lasst uns das Yeti-Dorf retten. Danke, Sie! Mach's gut, Sie! Gern geschehen! Viel Glück! Du hast wirklich toll aufgepasst, Griselda. Oh, kein Problem. Wisst ihr, mir war schon immer klar, dass ich eine tolle Babysitterin bin. Aber jetzt weiß ich, dass ich auch eine tolle Wagensitterin bin. Zeit für Wunschkraft, oder, True? Ganz genau. Qumelo, bring uns bitte zur Brücke. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Bob-Aufgreifer! Wunsch werde wahr! Hallo, Greifer! Siehst du die Brücke da drüben? Oh, ho! Unter ihr steckt ein sehr, sehr großer Baum fest. Kannst du ihn bitte greifen und rausziehen? Aha! Klasse! Okay, Greifer, geh jetzt in Position! Hey, ho! Und los! Oh, hey, ha, ha! Versuche es weiter, Greifer! Oh! Ja! True sie nur! Der Wasserspiegel sinkt! Ja, ich kann stehen! Ja, trockener Boden. Ich hab den Boden geküsst. Mach's gut, Kiumillow. Bis später. Greifer, das war wirklich beeindruckend. Gib mir fünf Greifer. Nichts passiert. Der allersüßeste Klempner. Jetzt kannst du dich ausruhen. Okay, lasst uns die Babys einfangen und dann vor Sonnenuntergang nach Hause bringen. Wo sind diese süßen Yeti-Babys überhaupt? Das hat meine Frage jetzt nicht beantwortet. Aber wo sind sie denn nur hin? Jörg und Flo sind hier drüben. Und da drüben und da drüben. Okay, aber wo ist Grog? Das kam von da drüben. Keine Sorge, Babys. Onkel Bartleby wird euch da runterholen. Ähm, True. Wie soll Onkel Bartleby sie da runterholen? Hm. Naja, gib ihnen doch etwas, das Babys lieben. Umarmungen. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip-Zap-Zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Drücker. Wunsch werde wahr. Okay, Drücker. Diese kleinen Yetis brauchen deine super Umarmungskraft. Oh, juh. Also da. Das ist deine Chance, Drücker. Es ist Knuddelzeit. Rundezeit. Gut umarmt, Drücker. Du kannst jetzt loslassen. Oh, danke, Grog. Ich werde dich jetzt anschnallen, damit du nicht wieder abhaust. Da kommt Jörg. Okay, Drücker. Zeit für Runde 2. Hey, Jörg. Das hat doch Spaß gemacht, oder nicht? So, zwei Babys erwischt, eins fehlt noch. Ich hoffe, du hast noch Umarmungen übrig, Drücker. Schon gut, True. Ich brauche Drücker nicht. Mein Buch hat ein ganzes Kapitel darüber, was man tut, wenn dein Frookie abhaut. Komm her, Flo, und sei ein gutes Yeti Baby. Wenn du deinen Frookie trainierst, benutze Leckerlis als Belohnung. Ich habe super leckere kleine Beeren. Wauw, dann geh mal an. Ja. Hab dich. Wie? Oh nein. Wauw, dann! Komm mit, Drücker. Los, True. Los, Drücker. Wauw, dann geh mal. Danke, True. Ihr seid gute Yetis. Ja, das seid ihr. Das seid ihr. Vielen Dank für alles, Drücker. Zurück in den Rucksack. Das hätten wir. Lasst uns die Babys nach Hause und ins Bett bringen. Sie sind schon ganz müde. Ich wusste ja, dass das Babysitten einfach wirkt. Ja, gut, dass du dein Buch mitgebracht hast, Griselda. Dein Spielzeug mitzubringen war auch eine gute Idee, Bartel B. Wir sind ein tolles Babysitting-Team. Oh, ich liebe es, wie sich der Sonnenuntergang auf meinem Gesicht anfühlt. Sonnenuntergang? Seht mal da, da kommen Erk und Snick von ihrem besonderen Abend zurück. Erk und Snick? Ich hoffe nur, dass sie den großen Baumhaufen da drüben nicht sehen. Wie unordentlich. Baumhaufen? Oh nein, wir können das Yeti-Dorf nicht so lassen. Wie man Bäume aufräumen steht nicht in meinem Babysitter-Buch. Griselda, Bartel B, ihr müsst diese Babys ins Bett bringen, bevor Erk und Snick zurück nach Hause kommen. True, wer soll dieses Chaos aufräumen? Oh, ich mach das schon. Okay, True, wir schaffen das. Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Drehi. Wunsch werde wahr. Hallo, Drehi, wir brauchen schnell deine Hilfe. Siehst du die Bäume da drüben? Wir müssen sie wegräumen, bevor Mama und Papa Yeti nach Hause kommen. Du könntest einen kleinen Tornado erzeugen, um sie anzuheben. Blum, 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 Blum. Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Ihreencia Stuart Byr Suzanne Die zwei kommen näher, wir müssen uns beeilen, Drehdicht, Drehi! Drehdicht, Drehi! Ahhhhh, wowhhhij! Okay, Drehie, bring diese Bäume runter. Toll gemacht, Drehie. Lass uns zurück zu Butterbee und Griselda gehen. Sie haben die Drillinge bestimmt schon ins Bett gebracht. Okay, Drehie, das ist unsere Chance. Toll gemacht, Drehie. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Zu-Zip-Zap, zurück mit dir in den Rucksack. Ja! Danke für den tollen Tag. Ihr habt uns ganz schön auf Trab gehalten. Ich hoffe, ihr hattet auch eine tolle Zeit. Wir hatten einen super Tag mit euren kleinen Drillingen. Oh ja, Sie wissen, wie man Spaß hat. Zum Glück war ich dabei, weswegen auch absolut nichts schiefgegangen ist. Hier meine Karte. Ihr habt uns was mitgebracht. Oh, das wäre doch nicht nötig. Es hat uns Spaß gemacht. Gefrochene Sasuni, sagt Bälle. Das ist so nett, Herr. Ich danke euch herzlich. Auf das beste Babysitter-Team aller Zeiten. Awww. 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 Das war's für heute.